Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mero, der Rode ist noch auf dem Server, wie man sieht. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber wieso schwebt er immer noch im Bett? Da ich ja jetzt König bin, das lasse ich einfach mal da liegen, werde ich jetzt hier die Königsaufgaben mal ein bisschen anders gestalten. Ähm, die Zettel liegen da immer noch. Ich mache hier erstmal meinen ganzen Dreck rein, den ich gerade überhaupt nicht brauche. Äh, die brauche ich jetzt gerade auch alle nicht, aber die kann ich schon mal zueinander tun. So, gut. Was ich aber dafür brauche, ich habe keine Axt bei, ne? Ich brauche Holz. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich zu Hause noch Holz habe, aber, äh, den kann ich nämlich mal mit, kann nützlich sein, nicht wenn. Ich klau mir jetzt einfach mal bei Tobi ein bisschen Holz, weil... hat ja, ach da, ich wollte schon sagen, ja, weil ich möchte hier jetzt... Ja, ich möchte hier jetzt die Dings bauen. Fichtenhals hat das schon mal gut. Das war auch Fichte. Äh, sorry Tobi, aber ich möchte das Wagenhaus nochmal ein bisschen anders bauen. Ja, also wie gesagt, sorry Tobi. Dann kann ich das Bett jetzt auch mitnehmen, ich habe ja jetzt Platz. Wenn das da noch liegt, müsste aber jo. Und, aufgehoben. Ab, zwar, ja, okay, läuft bei Ola. Anscheinend nimmt er doch nicht auf, oder er ist einfach psychisch... Lavier, oder er nimmt doch auf. Gut, ich mache jetzt erst einmal so eine kleine Bar, sag ich jetzt mal. Gut. Und, äh, da kommt spät her, äh, die Wahlkabine rein. Also, ja, doch, die Wahlkabine. Äh, Ich mache mir jetzt einfach mal ganz schnell eine Axt. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Und dann weg mit der Truhe, weg mit der... Und hier kommt auch noch was rein, was ich auch alles nicht brauche. Ähm, jo. Gut, dann noch hier und der Abos. Äh, die Schilder, die brauche ich aber. Okay, ich... Äh, leider weggetan, was ich gar nicht wollte. Ja, wie mache ich das? Ja, wie mache ich das? Komm, ich mache das mal noch anders, Sarah. Ich mache das mal so, dass die Kisten hier so stehen. Ich mache das mal so, dass die Kisten hier so stehen. Und... Hier der Anbus. Hier hast du... Eckseitig eine Bergbank. Da drauf hast du dann... ...eine Druckplatte, weil ich finde, das sieht einfach besser aus. Und, äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier Druckplatten. Nein, das war... ...zuck, zuck, 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 zuck. Okay, weil... Keine Ahnung. Ich fand das einfach besser. Ach, die Zelle habe ich hier. Äh... 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 ...gewählt... ...ja... ...gewählt, äh... ...der... ...personen... ...stimmzettel. Jut... ...dat hat sich dann schon mal... Oh, hallo, Skeleth. Wie geht's dir? Gut. Und... ...und... ...dann... ...würde ich sagen... ...Bauauftrag... ...Burg... ...okay... ...Bauauftrag... ...Marktplatz... ...und Wappack... ...Bauauftrag... ...Straßen... ...ja... ...Bauauftrag... ...Stadtpark, okay... ...und... ...Bitte... ...ja... ...da sind ja Quartalrei... ...Gut... ...ja... ...ähm... ...Uff... ... ...Ach... ...Mann... ...Ole... ...Bau... ...Aufträger... ...das... ...Königs... ...Hab ich das jetzt losge... ...weil... ...gehe ich zu ihm... ...und... ...und... ...BITTE... ...DU... ...WAAAAN... ...CHANNEL SWICHT... ...OKAY... ...Ehm... ...Projekt... ...Burg... Schmerz, Sticks, Kabel, Fein, Seeker, Abel, Smei, Abel, Smei, Abel, Smei, Abel, Smei, Abel, Smei, Projekt, was hatte der noch? Brett, Straßen, Wege, Wege. Stier mit Kies, Holz, Wege zum Verwandtuch. Zwei Stacks Kies, ein Stack Eiche. Jede Woche. Projekt Stadtpark Freiwillig. Freiwillig, Alter. Willig. Ja, Leute. Ich habe gerade mitgekriegt, dass ich nicht aufgenommen habe. Wisst ihr wieso? Deswegen. Ihr habt jetzt also die Aufgaben hier alle nicht gesehen. Und deswegen gehe ich nochmal zur Aufgabentafel. Gerade am Ende der Aufnahme fällt mir das auf, als ich Dings drücken möchte und sehe. Wieso ist denn das Gelb? Ja. Das regt einem manchmal so auf. Was steht denn da für ein Schild? Ja. Und ich habe mich über das da aufgeregt. Angeln. Wohnenschein. Ja. Cool. Da habe ich die Wahlzettel von damals hingeworfen und hier habe ich ein bisschen was gemacht. Projekt Burg. Blalala. 2,6 Kabel. Steinsiegel. Alle zwei Worten. Macht sowieso keine. Stil mit Kies. Holz. Wie zum Bauernhof. 2,6 Kies. Alles dergleiche. Jede Woche. Projekt Stadtpark ist freiwillig. Holz. Das heißt, wir haben Pflanzen. Stein und eventuell Eisen. Projekt U-Bahn. Eine Folge in der Woche daran bauen. Mindestens. Projekt Stadtverschuldung. Freiwillig. Kleine Häuser. Buden. Gärten. Bäume. Pflanzen. Seen und Teiche bauen. Etc. Rund um die Stadt. Gut. Es wird wieder Nacht und ich möchte gucken, was Ole noch gemacht hat. Und dann bin ich auch weg. Vieles Erste. Oh. Mit Kuchen. Ach und ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, aber Tobi soll sich wohl irgendwann mal was gekauft haben bei mir. Oh, Schwarzpulver hat er hier reingelegt. Weil er keinen Platz hatte. Meinte er. Ach, ob Tobi schon was an den Küsten hat, das würde ich gerne wissen. Effiz... Oh, ok. Schärfe 3. Schutz 1. Hörbarkeit. Effizienz 3. Effizienz 4. Schärfe 3. Aha. Das gucke ich mir noch ganz kurz an. Ah, ok. Cool. Ich mache einfach so eine riesen Tafel, aber das werde ich bald auch ändern. Werde ich auch ein Buch machen. Und den Weg werde ich auch irgendwann mal abbauen. Mann, da ist so viel zu tun ohne Witz. Viel zu viele Projekte nehme ich mir vor. Das ist schlimm mit mir. Ich will gucken, was Ole noch bei mir gemacht hat. Ich weiß nicht, macht Ole einen eigenen Timer? Ich will hoffen, ja, weil ich nehme gerade noch ein bisschen auf. Also meine Aufnahme war ja weg. Und ich möchte euch... Und ich habe ja euch noch was gezeigt, wie ihr wisst. Ja, hier hat Ole seine Sachen. Ich klein mir das Kies. Und das? Hahaha. Ja, wird das schon nicht merken. Und wenn ja, wird das wohl schon nicht schlimm finden. Äh, ja. Ähm. Ich bin halt mal weg. Finger weg. Danke. Ach, dann war das meine Kiste. Okay. Ja. Auch gut. Gut. Und ich sage jetzt einfach mal, ich bin weg. Schade mit der Aufnahme. Das fackt mich gerade voll ab. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich esse jetzt noch ein Babyball. In der Aufnahme. Nein, meine ich nicht. Und dann sage ich jetzt einfach adios. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.